Herzlich willkommen bei täglich Bitcoin und Krypto. Im heutigen Video sprechen wir über die aktuellen Neuigkeiten rund um den FTX-Skandal. Die Verschwörungen nehmen keinen Halt und es ist schlimmer als du glaubst. FTX-Gründer Sam Bankman-Fried wurde eine Woche nach seiner Festnahme in den Bahamas an die USA ausgeliefert. Doch wie kam es dazu und wieso stellt er sich genau jetzt den US-amerikanischen Behörden, obwohl er anfangs die Auslieferung verweigert hatte? Übrigens, am Ende des Videos gibt es alle Infos zu unserem persönlichen One-on-One-Coaching bei täglich Bitcoin und Krypto und wie du die finanzielle Freiheit erreichen kannst und wir aus dir einen richtigen Krypto- und Blockchain-Experten machen. Legen wir also los. Sam Bankman-Fried wurde im Zuge des gegenwärtigen Zusammenbruchs seiner Kryptobörse FTX wegen acht strafrechtlicher Vorwürfe in den USA angeklagt, darunter Verschwörung zum Betrug an Kunden und Kreditgebern und Verschwörung zur Geldwäsche. Zunächst verweigerte Sam Bankman-Fried die Auslieferung an die USA, in der Hoffnung, in den Bahamas auf Kaution freigelassen zu werden. Diese Option wurde von Sam Bankman-Fried von den bahamischen Richtern nicht gewährt, was bedeutet hätte, dass er im berüchtigten Fox Hill-Gefängnis gelandet wäre, ein Ort, bekannt für menschenunwürdige Verhältnisse. Sam Bankman-Fried ist nun ein Gewahrsam auf US-amerikanischem Festland und wird nach einem langwierigen und intensiven Rechtsstreit vermutlich Jahrzehnte bis zu maximal 115 Jahre hinter Gitte verbringen. Aber was ist mit den anderen Akteuren rund um den FTX-Skandal? Beginnen wir mit den beiden Top-Managern von FTX und Elameda Research. Nun meldeten sich auch Caroline Allison, Ex-Freundin und ehemalige Chefin von Elameda Research, und Gary Wang, Ex-Chief-Technology-Officer von FTX zu Wort. Caroline Allison, bekannt aus ihrem Interview, wo sie Aussagen wie, eigentlich benutze ich nur Volksschulmathematik bei Elameda Research tätigte, tauchte nach dem Zusammenbruch von FTX zunächst komplett unter. Sie löschte all ihre Social-Media-Profile und war aus der Öffentlichkeit verschwunden, bis sie zuletzt in einem Kaffeehaus in Manhattan auftauchte, sowie dabei erkannt und fotografiert wurde. Zufällig war dieses Kaffeehaus nur wenige Gehminuten von einem Büro der US-Bundespolizei FBI entfernt. Purer Zufall? Seitdem wird spekuliert, ob Allison einen Deal mit den Feds eingegangen ist und als Kronzeugin gegen ihren Ex-Freund aussagt. Nun ist es offiziell. Die beiden Executives bekennen sich wegen den Vorwürfen zum mutmaßlichen Betrug schuldig und möchten mit der US-Staatsanwaltschaft zusammenarbeiten, um die Hintergründe des Bankrotts von FTX aufzuklären. Und was ist eigentlich mit den Eltern von Sam Bankman-Freed? Könnte es für einen der beiden hoch angesehenen Eltern strafrechtliche Konsequenzen geben? Während den FTX-Gerichtsverhandlungen enthüllte der neu platzierte FTX-CEO John Ray, dass die geliebten und unschuldigen Eltern von Sam Bankman-Freed, Barbara Freed und Joe Bankman in der FTX-Organisation nicht nur blinde Passagiere waren. Die Staatsanwaltschaft untersucht nun auch die Eltern wegen ihres Einflusses auf die Geschäfte der Kryptobörse. Um zu verstehen, welche Rolle die Eltern von Sam Bankman-Freed im FTX-Skandal gespielt haben, müssen wir euch zunächst etwas über Barbara Freed und Joe Bankman erzählen. Joe Bankman ist Jus-Professor auf dem Gebiet des Steuerrechts an der Universität in Stanford und war seit den Anfängen von FTX stark in das Unternehmen involviert. Er half dem Unternehmen bei der Rekrutierung von Mitarbeitern und Anwälten und fungiert es sogar selbst als Berater für Steuerangelegenheiten. Für seine beratenden Tätigkeiten kassierte Joe Bankman im letzten Jahr vor dem FTX-Kollaps überdurchschnittliche Gehälter. Joe Bankman begleitete Sam stets bei Terminen zu regulatorischen Fragestellungen für die Expansion des Unternehmens. Der Vater ist auf dem Gebiet der Regulatorik kein unbeschriebenes Blatt. Im Jahr 2008, kurz nach der Finanz- und Wirtschaftskrise, sprach Bankman vor dem US-Kongress und Aufsichtsausschuss über die Regulierung von Hedgefonds zur Vermeidung von Betrugsfällen. Seine Kompetenzen im Bereich Steuern und Regulatorik könnten dem Vater durch eine Beteiligung am Unternehmen schwer schaden. Seine Mutter Barbara Fried lehrte auch an der Stanford-Universität und ist im Ruhestand. Sie arbeitete zwar nicht direkt für das Unternehmen, aber ihr Sohn gehörte zu den Spendern eines von ihr organisierten Netzwerks für politische Interessenvertretung zur Förderung von demokratischen Kampagnen. Sie war sogar eng mit den Spenden ihres Sohnes in Höhe von mehreren zehn Millionen Dollar an die Demokraten im Vorfeld der Midterm Elections 2022 verbunden. Kevin O'Leary, Mr. Wonderful selbst, wurde von Joe Bankman und Barbara Fried getäuscht. Als er sich im Jahr 2021 an FTX beteiligte, waren die Eltern von Sam Bankman-Fried ein Grund für seine Investmententscheidung. In einem Interview sagt er, Ich bin ein Befürworter von Sam. Er hat zwei Eltern, die Compliance-Anwälte sind. Wenn es jemals einen Ort gibt, an dem ich nicht in Schwierigkeiten gerate, dann ist es FTX. Dass beide Eltern in einer Form beim Skandal rund um FTX involviert waren, ist spätestens dadurch bekannt, dass Sam Bankman-Fried zusammen mit seinen Eltern dubiose Immobiliengeschäfte auf den Bahamas im Wert von 300 Millionen Dollar auf die Namen der Eltern gekauft hat. In einem Interview mit der New York Times behauptete Sam Bankman-Fried, dass diese Immobilien nicht für seine Eltern, sondern für die FTX-Mitarbeiter für Urlaube und Familienfeiern bestimmt waren und betonte immer wieder, dass seine Eltern in keinem der relevanten Bereiche bei FTX wie Risikomanagement oder der Geschäftsführung involviert waren. Fassen wir die Situation kurz zusammen. Joe Bankman war ein Jahr vor dem Kollaps von FTX quasi angestellt und ist auch in der Vergangenheit immer wieder als Berater für die FTX-Gruppe aufgetreten. Es kommt also nicht aus dem heiteren Himmel, dass so viele Leute der Meinung sind, dass zumindest auch Joe Bankman-Fried angeklagt werden soll. Grund hierfür ist nicht nur die Rolle von Joe Bankman im Unternehmen, sondern auch die unzähligen Anklagen zu Verschwörungen rund um den FTX-Skandal. In einem Interview verrät der ehemalige Bernie Madoff-Anwalt Ira Lee Sorkin, warum Anklagen wegen Verschwörungen so wichtig sind. Neben den Anklagen zur Verschwörung gegen den Hauptangeklagten Sam Bankman-Fried müssen auch andere Charaktere in der Causa FTX in Rechenschaft gezogen werden. Seiner Meinung nach können Verschwörungen nicht alleine vollzogen werden. Es braucht immer mehrere Personen dazu. Die Nähe von Joe Bankman zur FTX-Gruppe und seine akademische Ausbildung lassen darauf schließen, dass Sam Bankman-Freeds Vater zumindest hätte erkennen müssen, dass betrügerische Aktivitäten innerhalb der FTX-Gruppe stattgefunden haben. Wie denkt ihr über die Vorwürfe gegen Joe Bankman? Ist er eurer Meinung nach auch schuldig? Lasst unten einen Kommentar, wie ihr über die Situation denkt. Kommen wir nun zur finalen Frage des Tages. Was passiert nun mit FTX und den verlorenen Kundengeldern? Gibt es positive Neuigkeiten für unsere Zuseher und Zuseherinnen, die durch den FTX-Kollaps Geld verloren haben? Die FTX-Führungskräfte versuchen derzeit, Hunderte von Millionen Dollar am Bargeld von Hunderten von Banknoten zurückzuholen, um die Lage der zusammengebrochenen Kryptobörse zu klären. Das neue Management des Unternehmens, das nach dem Rücktritt des FTX-Gründers Sam Bankman-Freed am 11. November die Leitung übernahm, teilte am Dienstag bei einer Verfahrensanhörung mit, dass über eine Milliarde Dollar an Vermögenswerten identifiziert wurden. Das Unternehmen hat etwa 720 Millionen Dollar an Barvermögen bei US-Finanzinstituten gefunden, die bereits vom US-Justizministerium zur Aufbewahrung für Kunden ermächtigt sind. Weitere knapp 500 Millionen Dollar in anderen Vermögenswerten werden bereits in US-Instituten verwahrt. Bist auch du vom FTX-Kollaps betroffen? Wir würden uns freuen, wenn ihr uns in den Kommentaren mitteilt, ob auch euer Geld durch Sam Bankman-Freeds teuflischen Betrug in Gefahr ist. Wir möchten so viele wie möglich erreichen, um über die prekäre Lage rund um FTX aufmerksam zu machen. Darum gib dem Video ein Like für den Algorithmus, um diese wichtigen Nachrichten zu verbreiten. Wenn auch du mit Kryptowährungen die finanzielle Freiheit erreichen möchtest und ein Experte im Bereich Kryptowährungen und Blockchain-Technologie werden willst, ist unser persönliches One-in-One-Coaching bei täglich Bitcoin und Krypto genau das Richtige für dich. Dort betreuen wir dich langfristig und komplett persönlich. Niedrige Märkte wie jetzt sind eine unglaubliche Chance. Wir bieten jetzt exklusiv für die nächsten fünf Personen, die sich bei uns melden, ein einstündiges Strategiegespräch im Wert von 600 Euro kostenlos an. Klicke auf den Link unter dem Video in der Beschreibung. Bitte kommentiere auch das Video und gib uns ein Like, damit du uns bei unserer Arbeit unterstützt, um dir weiterhin diesen wertvollen und kostenlosen Content bieten zu können. Das täglich Bitcoin und Krypto-Team wünscht euch entspannte Feiertage. Danke und bis zum nächsten Mal bei täglich Bitcoin und Krypto.